Nippel! Das wäre dann... Das war dann unser Willkommens-Groß, Leute. Julius macht das Intro nicht mehr, soviel steht es fest. Okay, dann suchen wir mal das Spiel. Ich konnte mich schon von dir runtergezählen, als kaum noch zusammenreißen, ey. Scheiße! Oh, wie schön. Das ist schon mal gelungener Einstieg hier. Oh, mein Aufnahmeprogramm geht jetzt wenigstens auch. Ich hab mir das Geld wieder abgeschissen. Oh, ne. Oh, man. Das war doch jetzt schon mal ein gelungener Einstieg. Oh, jetzt tut mir mein ganz... Jetzt tut mir alles weh mit dem Intro, ey. Ich weiß nicht wieso. Du meinst so, so deinen Bauch, so, so. Ne, keine Ahnung. Weil er grad eben vom Stuhl gefallen ist. Ja. Oh, scheiße. So, direkt am Anfang, wo das Video am meisten noch mitverfolgt wird. Grinch, kauf ne Facecam. Ne, ganz sicher nicht. Und wenn dann mit ner Maske. Dann wäre es wenigstens lustig. Ja, so ne D-Z-Maske, so ne... So ne Payday-Maske oder so. Ja. Aber die Maske ist irgendwie cool. Ja, das stimmt. Wir müssen dann noch Desert aufnehmen. Gleich mal. Morgen, übermorgen so. Moment, morgen ist Sonntag, oder? Ja. Gut. Ich hab absolut kein Zeitgefühl mehr. Und Montag haben wir frei. Oh, ja. Ja, wir haben ja Ferien. Also, ich dachte, langes Wochenende ist ne Woche Ferien. Ich hab's nicht kapiert, irgendwie. Ne, langes Wochenende ist langes Wochenende. Ich hab keine Ahnung, was ein langes Wochenende ist. Montag frei. Ne, jetzt weiß ich's. Zwar langsam, aber nicht so langsam. Okay. Gut. Ich will Village spielen. Auf der Map bin ich irgendwie am besten. Also, wir sind jetzt zu dritt. Also, muss jetzt wenigstens einer ne Moab kriegen. Sonst dann fang ich an zu heulen. Das wollt ihr nicht. Okay, keiner kriegt ne Moab. Ihr Grinch muss weiter. Doch, natürlich. Ich hab's echt im Urin. Hallo, jetzt schaffen wir Moab. Ah, okay. Ich hab schnell ziehen. Ich hab schnell ziehen. Ich hab schnell ziehen. Doppel Moab, jeder eine. Ja. Hast du grad gesagt, ich hab einen ziehen? Oder ich hab schnell ziehen. Schnell ziehen. Okay. Ja, er hat halt schnell einziehen. Ja. Nein. Ich hab halt leider nicht. Oh man. Ich hab nicht die schlechten Witze, ey. Die schlechten Witze sind doch Premium. Hey, meine Abonnenten sind zu 4% weiblich. Ich werd auf, solche Witze zu reißen. Oh man. Hey, wie viele weibliche Abonnenten habt ihr eigentlich? Das würde mich auch mal interessieren. Du, ich hab keine Ahnung. Äh. Du musst aber nachschauen, das wär bestimmt lustig zu erfahren. Wahrscheinlich so eine und das ist so eine Hardcore Lesbe. Wir haben nichts gegen Lesben, Leute. Nichts. Nichts. Alles der Schütze. Leitliche Aufbildungsrollen identifiziert. Alter, die Im wow Lachen nimmt einen voll mit. Ja, was geht bei euch, ja? Nichts. ich bin ich sehe dich oh man nicht Ne Grinstandelache ist echt gut, die nimmt einen übelst mit Ok, ich muss heulen Ok, 10 erreicht Oh Gott, bin ich grad schlecht geworden Oh Mann Nein Nein, ich hab doch gerade 5-0 gespielt, das ist doch scheiße Ich weiß gerade ehrlich gesagt, wieso ich das so lustig finde, tut mir leid Ich hatte gerade einen mega Lachflash Ja, ist doch gut Ich erstaunlicherweise nicht Ne, ich stell mir das so vor wie er fast noch mal Ja, was denn, die assoziiert man ja eher als Mann, deshalb Ne, so eine Hardcore-Test-Büse einfach, wo ich klingelt dann irgendwie so Oh Mann Oh, Alter, dieser Typ mit seiner scheiß Striker regt mich so auf Ich hatte ja noch gar keinen Shotgun-Typ, der mich irgendwie weggeholt hat Oh, der holt mich ständig weg Hatte ich auch noch nicht Oh Mann, dann soll der Typ sich immer anderen zum Völten aussuchen, aber nicht mich Der wird ja lustgemacht Was hast du? Oh Gott Der wird ja lustgemacht, der hat mich einfach irgendwie... Gar nichts gesehen, der hat mich einfach irgendwie weggeholt Ich werd ja jetzt gleich negativ Oh nee Ich werde auch Hast du nicht grad noch irgendwie voll gut dabei? Da war der Swigert-Typ Nein, der kann auch ganz shit Ja, ich wollte weglaufen Ich bin genau in die Mitte gerannt, weil ich dachte, da kommt die nicht hin Ich bin genau in die Mitte gerannt, weil ich dachte, da kommt die nicht hin Da ist mir nicht schlecht So viel zu tun, wenn die erste Runde ist die beste Ich mag die Maps nicht Alter, ich glaub ich hab noch nie so viel in der Folge gelacht Allein das Intro schon und dann noch das mit der Hardcore-Test-Büse Ja, dann ist doch gut, dann ist der Typ Folge schon mal lohn Ja, ist doch schön Ich glaub, dass die Zuschauer sich auch einfach weggepissen werden Wir will nicht mehr Die sind doof zu mir Ja, ich kann überhaupt nicht mehr spielen Ich spiele gar nichts mehr Ich hab zu viel benefit 4 heute gespielt irgendwie Okay, da war der Alter, dieser Scheiß... Der hat mich bisher nur einmal weggerotzt, dieser Scheiß Ich glaub, der hat mich von meinen elf Toten hat der mich ungefähr neunmal getötet Die AK-47 ist Beast Mode Das hab ich denn gespielt 13-9 Das ist kein guter Einstieg Ihr seid wenigstens positiv Ich hab Angst, wenn ich anfange zu reden, dass ich einfach irgendwie ein Lachflash kriege Warum? Keine Ahnung, ich hab... Ich bin heute irgendwie gar nicht so, so, so lachig So, so... Jetzt zieh's nicht wieder runter Also, Leute, sind dank fürs Zuschauen Ja... Tschüss So depressiver Mensch Hihihihihihihihihihihihihihihi Machen wir eine Pause? Ja, also ich beend jetzt kurz die Aufnahme Danke fürs Zuschauen Leute, ciao